Hallo und herzlich Willkommen zu einem Rückkampf der Elektroinstallationszangen. Neulich habe ich euch vorgestellt die Milwaukee Kombizange für Elektriker. Das ist quasi für die amerikanischen Wiregorges von 8 bis 18 Solid Wires und von 10 bis 20 Straight Head, also Litzen. Und das ist schon ein ganz neises Teil. Und dann habe ich entdeckt, wie es immer so ist, kaum hat mir das Video abgedreht, dass es ja was ganz ähnliches von Kniepacks gibt. Und da habe ich ja als letztes Mal im Vergleich die Elektroinstallationszange von Miepacks gehabt. Ganz kurz nochmal im Abriss von 0,7 bis 1,5 Millimeter kann man hier abisolieren. Man hat zwei Stufen, wo man einstellen kann. Man hat einen großen Kabelschleiter bis 15 Quadrat hier, wo man Kupfer schneiden kann. Und man hat einen Grimp, einsatz der kann man von 0 bis 25 Grimpen. Und vorne eine flache Fläche zum Greifen und hier so ein Brennerloch. Und griffe natürlich VDE-Style um die 200, schieß mich tot, wiegt man nochmal nach, 80 Gramm meine. Schauen wir mal hier. Heute übrigens auch ein bisschen ein anderes Set in 4K, aber auf der kleinen Workbank. Möchte ich auch mal ausprobieren, wie das ausschaut. Ja, 275 und hier von Kniepacks die 13,278, 285, also wieder 10 Gramm schwerer. Ganz ähnlich wie die hier von Milwaukee. Und ich habe gesehen, die kann auch ein paar mehr Sachen grimpen, weil das hat man hier ja gefehlt, klar für die Hausinstallation. 1,5 Quadrat und 2,5 Quadrat wahrscheinlich die gängigsten Durchmesser. Und die kann halt eben auch von 12 bis 20 und von 10, also stranded, litzen und von 10 bis 16 solid. Und die Zange ist natürlich auch wunderschön. Man kann die entriegeln, hier mit der einen Hand. Und da oben haben wir wieder die 8, 30 Second und 6, 30 Second Holds, also für 3 und 4er Schrauben zum Abballern. Und hier, der Gabelschneider geht nicht ganz so weit auf, weil es der passt für die Gorge ist. Aber was mich hier so fasziniert an der Zange ist dieses Schliffbild, was die da drauf gemacht haben. Mal gucken. Wunderschöne Zange auch von Kniepacks mit den zwei Komponentengriffen. Leider nicht VD, aber man macht ja eh immer frei und es ist kein Strom mehr oben. Und deswegen haben wir hier schon die Nase leicht vorne. Bei der hier, auch wenn die VD isoliert ist, mit der kann man einfach mehr Querschnitte machen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ach ja, kleine Story noch, die dahinter steht, wieso die Zange hier liegt. Da oben in meiner Hauptkanalseite ist so ein Paypal-Button. Da hat wirklich jemand den Weg dazu gefunden. Und da habe ich sofort hier in die Zange investiert. Weil die hätte ich mir wahrscheinlich sonst nicht gekauft. Mit 70 Euro oder ein bisschen drüber ist das schon abgefahren. Aber wer erst mal anfängt, sich eine ordentliche Zangentsammlung anzulegen, der beginnt schnell, ergeizig zu werden. Nichts riskieren, abonnieren und kein Zeitpunkt wie das mehr verpassen. Bis bald.